Ich bin Baum-Reporter Patrick Schumacher und hier ist er, der FFH-Baum. Hier fallen sie also täglich runter, die Blätter, okay, wie man sieht, heute nicht allzu viele. Deswegen haben wir uns aber gedacht, das wollen wir mal testen. Kann man den Blattabwurf hier am FFH-Baum vielleicht von außen beeinflussen? Wir testen das nicht mit einem Ventilator, auch nicht mit einem Laubbläser. Sondern mit einem ganzen Orchester. One, two, three, four. Großartig, Jungs und Mädels. Also es war ganz große Klasse, was ihr eben gespielt habt. Die Marie ist jetzt neben mir. Marie, und ich glaube, du hast schon beobachtet, das hat was gebracht, oder? Was ist denn passiert eben, Annelinde? Da ist schon ein Blatt runtergefallen. Mariella, die Hörer tippen ja jeden Tag bis abends 18 Uhr, wie viele Blätter fallen hier runter? Hm, was schätzen du? Wie viele sind es denn bis heute Abend 18 Uhr? 600. Super, was meinst du? 106. Okay, habt ihr noch einen Tipp? Was glaubt ihr? 108. Um die 200. 250. Und jetzt seid ihr dran zu Hause. Wir sind gespannt, wie viele Blätter fallen heute Abend bis 18 Uhr hier von der Linde. Alles, was ihr tun müsst, ist abstimmen auf... ffh.de Baumradio FFH Untertitelung des ZDF für funk, 2017